Heute in diesem Video. Ich kann euch schon fast eine Fälle blöd machen mit Ohrwäumen. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video. Hallo, meine Lieblingslieder. Ich kann euch schon fast eine Fälle blöd machen mit Ohrwäumen. So viel habe ich mittlerweile. Ähm, ja. Wer kennt es nicht? Ja, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Wer kennt das Lied? Also wer das Lied nicht kennt, der hat im Leben viel verpasst. Sag mal so. Wir hören mal rein. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers. Und dass wir heute wieder hier sind. Das verdanken wir nur euch. Wir glauben selber kaum. 40 Jahre die Flippers. Was wären wir ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans. Ohrwäumen halt. Mehr sagen hierzu. Danke für's zugucken. Bis zum nächsten Mal, Joe. courtesy, Vielen Dank.